Wir haben hier die Kreuzung blockiert, weil es nötig ist. Die Klimakatastrophe wird immer schlimmer und schlimmer. Die Einschläge kommen näher. Das letzte Ereignis war jetzt in der Adria. Wir haben das Ahrtal noch in Erinnerung. Wir wissen genau, wo der Hase hinhoppelt, nämlich in den Untergang. Und die Bundesregierung tut nichts, beziehungsweise das Gegenteil. Die macht alles nur noch schlimmer. Sie macht genau das, was sie nicht tun sollte. Nämlich zum Beispiel LNG-Terminals bauen, Braunkohlekraftwerke länger laufen lassen, sogar Atomkraftwerke länger laufen lassen eventuell. Alles Unsinn, alles Schwachsinn, alles genau das Falsche. Wir brauchen genau das Gegenteil dessen, was getan wird. Wir brauchen tatsächlich echten Klimaschutz. Und das bedeutet ein notfallmäßiges Herunterfahren dieser Verbrennungswirtschaft. Wir dürfen nicht mehr weiter fossile Brennstoffe verbrennen. Das wissen eigentlich auch alle Beteiligten. Das weiß auch die Bundesregierung. Das weiß der Herr Haberg, das weiß der Herr Scholz. Und wie sie alle heißen. Und trotzdem machen sie genau das Gegenteil. Deswegen, weil sie meinen, sie könnten nicht anders. Das stimmt aber nicht. Es ginge anders. Das Einzige, was fehlt, Konzepte sind da. Das Einzige, was fehlt, ist der politische Wille. Und ich hatte ja so leise Hoffnung, dass die Grünen, wenn sie mal in der Regierung sind, das auch umsetzen, was sie versprochen haben, jahrzehntelang. Die tun es aber nicht. Ausgerechnet die Grünen müssen jetzt, dummerweise kann man sagen, das ausbaden, was die Regierungen davor, in den letzten 20, 30 Jahren, verbockt haben. Richtig verbockt haben und absichtlich verbockt haben. Sie haben es vermasselt, weil sie es wollten. Leute wie Merkel oder Altmaier haben absichtlich den Klimaschutz sabotiert und boykottiert. Mit allen möglichen Maßnahmen. Sie haben den Ausbau der erneuerbaren Energien sabotiert und boykottiert, wo sie nur konnten. Ein Herr Söder, der blöde Honk, macht seit Jahrzehnten genau das, was eigentlich genau das Falsche ist. Und ich denke mal, er weiß es auch. Ich verstehe solche Leute nicht, wie sie politische Macht haben und die falsch einsetzen. Das ist mir unbegreiflich. Die Leute haben auch Kinder, die wissen eigentlich, wie schlimm es ist und trotzdem machen sie das Falsche. Und weil ich verzweifelt bin und wütend bin, sitze ich hier und blockiere. Diese wunderschöne Kreuzung im Herzen von Berlin, im Herzen des politischen Berlins, auf der Friedrichstraße, Ecke unter den Linden. Und da sitze ich ganz genau richtig und zwar so lange, bis ich weggetragen, weggelöst werde, hier abgelöst werde. Mit dem Kundenkleber. Und dann komme ich vielleicht in die Gefangenensammelstelle, in die Gesa. Das ist mir aber egal. Ich habe einen 15-jährigen Sohn, ich frage mich immer, ich frage mich jeden Tag. Ich kann nachts nicht schlafen und frage mich, was wird er mich fragen in 20, 30 Jahren? Er wird mich fragen, warum konntet ihr dir das zulassen, Papa? Und was hast du getan damals, vor 20, 30 Jahren, als ihr doch genau wusstet, was eure Gesellschaft anrichtet, was eure Generation anrichtet? Mit Fleischfressen nach Malle fliegen oder nach Thailand fliegen. Also zwei Jahre im Jahr ist ja wohl normal, ne? Und mit anderen Dummheiten, wie zum Beispiel Autofahren, einfach nur, weil es Spaß macht. Die Kinder werden uns fragen, sie werden uns verfluchen. Sie werden fragen, wie konntet ihr das zulassen, wie konntet ihr das machen? Und warum habt ihr nichts dagegen getan? Und damit ich das nicht gefragt werde oder nicht so hart gefragt werde, sitze ich heute hier und an anderen Tagen und blockiere. So viel ich kann, so gut ich kann. Friedlich, wir machen zivilungehorsam, wir bleiben friedlich, wir sind freundlich, auch der Polizei gegenüber. Denn wir kämpfen auch für die PolizistInnen und für deren Kinder und Kindeskinder. Ich hoffe, es gibt noch welche. Sieht düster aus. We are fucked. Aber ohne Hoffnung kann ich nicht kämpfen. Und deswegen ist mein großes Vorbild Sisyphos. Weitermachen, weil es keine Alternative gibt zum Weitermachen. Au reind out. Und da habe ich Rückenschmerzen. Und da habe ich Rückenschmerzen.